jawohl hallo freunde ich grüße euch ich habe euch eine partie vom alexander kalifmann mitgebracht gegen evgeny sveshnikow und kalifmann war ja auch mal viele weltmeister im jahre 1999 bis 2000 war das und genau also schachspielen kann er natürlich auch obwohl es eher unbekannter ein unbekannterer weltmeister ist aber hier in dieser partie hat er nämlich mit den weißen steinen gespielt und es kam eine katalanische struktur auf brett und anhand dieser partie möchte ich euch einfach mal zeigen welche welche feinheiten sowohl taktischer aber auch strategischer natur im katalanen drinnen liegen so zunächst einmal katalanisch erreichen wir wenn weiß mit d4 und c4 spielt und dann diesen läufer fientiert in welcher reihenfolge auch immer würde er zum beispiel kein d4 spielen wäre es dann wieder mehr reti und so weiter und so fort aber namens bezeichnungen lassen wir mal eben weg wir haben hier so diesen ganz normalen geschlossenen aufbau von von schwarz hier und jetzt nimmt er auf c4 raus dass das geht auch absolut legitim diesen bauern jetzt versuchen zu verteidigen in dieser bauer c6 ermöglicht einen b7 b5 da was diesen bauern deckt und dieser bauer deckt dann hier diesen b5 und so weiter also ist kein offener katalanisch aber das angenommen ist katalanisch glaube ich heißt es aber auch namensgebung hier auch nicht entscheidend so b7 b5 und wir sehen dieser bauer wird verteidigt und jetzt kommt der erste schritt und zwar grundsätzlich weiß hat er diesen läufer hier auf g24 kettiert er möchte also diese diagonale irgendwie mit beherrschen und dazu könnte er zum beispiel den sprenger mal weg ziehen damit würde dieser läufer frei werden das wäre eine möglichkeit aber dann steht dieser bauer auf c6 immer noch im wege so ein bisschen und hier gibt es zumindest mal als als standard erster standard zug und als standard idee für den weißen allgemein wenn hier so ein bauer auf b5 steht dass der zug a2 a4 der hat dreifach bedeutung mehr oder weniger zum einen könnte er mal auf b5 schlagen und damit die turmlinie des eigenen turms öffnen schlagen auf b5 müsste schwarzer dann zurückschlagen und dadurch sehen wir dass dieser bauer hier auf einmal aus dieser diagonale raus aus dieser diagonale raus geht und der laufer auf g2 die diagonale wird verlängert und dadurch entstehen schon die ersten drohungen aber weiß muss auch ein bisschen aufpassen denn naja aufpassen nicht aber ganz so einfach ist natürlich nicht denn der schwarze springer kann immer nach d5 gehen und diese diagonale des des laufers blockieren und wenn dann e2 e4 kommt was diesen springer wieder vertreibt aber dann steht der eigene bauer wieder im wege also es gibt so hin und her und immer stellungsabhängig davon wann man wie wo was spielt aber letzten endes der weiße möchte hier am damenflügel spielen und versuchen druck auszuüben nun schwarz entwickelt mit laufer b7 diesen läufer als gegenspieler zu unserem g2 das ist kann man machen alles in ordnung springer e5 haben wir auch schon festgestellt jetzt droht zum beispiel a schlägt b5 weil dieser c bauer hier gefesselt ist dass der b7 dann hängen würde also muss schwarz diesen läufer b7 decken und das geschah durch dame b6 so und jetzt sehen wir jetzt kommt ein zweiter ganz ganz wichtiger strategischer aber auch ein taktischer umstand und zwar ein sehr typisches manöver in in solchen art von stellungen wenn hier so ein bauern keil steht ist der zug b2 b3 und das ist ein richtiges gambit das muss man dabei wissen natürlich weiß möchte jetzt hier auch auf c4 diesen bauern anknabbern quasi ja weil er mit dem sprenger ja auch noch drauf ist und so weiter aber schwarz kann diesen bauern natürlich auch einfach nehmen und jetzt hat er de facto einen ganzen mehr bauern weiß nimmt mit der dame aber ich habe es hier mal so grob eingezeichnet jetzt sind natürlich ganz viele linien aufgegangen die b linie ist schon halb offen die c linie ist halb offen diese läufer diagonale spielt eine rolle der springer e5 sehr aktiv gegen den punkt 6 gerichtet die a linie kann aufgehend nach nach a schlägt b ist natürlich jetzt etwas etwas viele pfeile ich nehme es mal weg aber grundsätzlich sollte jedem klar sein dass das weiß hier am damenflügel viele viele linien öffnen möchte den läufer hier hinstellen oder vielleicht auch mal hier hin je nachdem springen heraus und hier auf auf irgendeine art und weise versuchen mit den türmen am damenflügel und mit den figuren natürlich druck zu machen je nachdem wie schwarz sich aufbaut das ist so ähnlich möchte ich es mal nennen wie im wolke gambit wo man einen bauern opfert aber spiel am damenflügel bekommt dieser gegenwert ist nicht nicht hundertprozentig festgelegt außer dass natürlich die linien ja schon halb offen sind dass die dass die türme entsprechend hier auf die halb offenen linien kommen und dann muss man natürlich immer abwarten wie der gegner spielt hier ist es nicht ganz so einfach wie im wolke gambit bei dem wolke gambit die struktur im zentrum erstmal noch halbwegs geschlossen ist was ja hier auch nicht der fall ist und daher ist durchaus komplizierter aber auch spannender ok wir haben jetzt hier immer noch so ein bisschen druck auf diesen auf diesen b5 schwarz entwickelt sich mit springer bn d7 und möchte hier gegebenenfalls mal figuren tauschen das ist klar wir wollen als weißer aber möglichst nach die figuren nicht freiwillig tauschen oder zumindest nur zu für uns günstigen umständen denn wir brauchen die figuren ja um druck aufzubauen dieser springer e5 hat zum beispiel so ein bisschen druck mit auf diesen c6 drauf könnten hier noch mal ganz kurz darauf eingehen was passieren würde wenn diese dame hier diesen bauern schlagen würde schwarz würde seine figuren entwicklung vernachlässigen aber bauer ist bauer und der turm ist auch angegriffen das erklärt zumindest an den nächsten zug von weiß laufer b2 und der laufer steht hier natürlich auch sehr sehr gut die dame müsste wieder zurückziehen und weiß käme ja einfach hat alle figuren entwickelt alle leicht figuren sind auch noch aktiv im spielgeschehen neben neben teil und schwarz hat doch hier noch einen gewissen entwicklungsrückstand und ist natürlich nicht klar weil zwei bauen ist zwei bauen aber die aktivität der weißen figuren ist hier schon schon sehr sehr groß und der computer gibt hier auch plus 1 für weiß an das ist natürlich für uns menschen schwierig auszurechnen und so weiter aber ich glaube wir können zumindest ahnen dass wir mit diesem entwicklungsvorsprung vielleicht etwas anfangen können deswegen hat schwarz sich hier nicht darauf eingelassen sondern springer bd7 gespielt figuren versucht figuren zu tauschen alles klar jetzt spielt weiß wieder einen interessanten zug denn er spielt laufer e3 und hat damit diesen läufer von e3 der guckt so ein bisschen richtung die dame oder richtung der dame wenn schwarz also jetzt hier auf e5 schlagen würde dann käme dem mal e und zack doppelangriff gegen die dame und gegen den springer war es würde eine figur verlieren mit anderen worten schwarz ist nicht in der lage durch figurentausch seine situation zu vereinfachen des weiteren kommt noch dabei dass dieser läufer hier auf diese diagonale vielleicht auch mal die möglichkeit bietet diesem bauern einen fortzustoßen mit tempo auf die dame natürlich und dann hier dadurch mit der dame richtung e6 hier die ganze stellung zu öffnen auch das ist schon ein faktor auf jeden fall und ja jetzt wird es langsam langsam spannend für schwarz denn weiß steht bereit die stellung zu öffnen während schwarz mit dem könig noch in der mitte ist und nicht so richtig rauskommt immer so diese tempo frage und immer das gleiche spiel zeit gegen material und schwarz spielte hier c6 c5 ein standardzug ein typischer zug er versucht die situation sowohl im zentrum als auch auf dieser langen diagonale von g2 nach a8 mal zu klären wir schauen uns mal eben ganz kurz an so eine alternative zum beispiel zum zug wie springer d5 wurde auch schon gespielt nach springer schlechte sieben könig die sieben ist aber natürlich dieser könig hier in der mitte und das muss einem natürlich bewusst sein als schwarzer das mag nicht jeder und ist auch nicht jedermanns geschmack und objektiv wahrscheinlich auch nicht ausreichend und gibt zumindest einen schönen vorteil für weiß an aber ja man muss immer diese diese zeit die man jetzt hat auch immer entsprechend nutzen um irgendwie vorwärts zu kommen und der computer gibt hier zum beispiel den etwas überraschenden zug aber a5 an mit der idee dame anzugreifen die dame geht nach a6 um um dann weiteren vorstoß des a bauern zu blockieren dann sehen wir aber diese dame selber ist natürlich keine optimale blockadefigur steht jetzt hier rum nur um diesen bauern zu blockieren aber ist komplett außer spiel wenn die dame hingegen auf ein anderes feld gehen würde zum beispiel die acht zurückziehen würde er mit dieser bauer einen vor und wir sehen ja jetzt noch wieder alles rück entwickelt quasi und mit dem könig in der mitte dass das wäre alles sehr sehr kontraproduktiv der computer möchte jetzt seinen laufer hier retten der könnte nach a5 gehen der könnte jetzt mit e4 d5 das zentrum öffnen und eben diesen entsprechenden könig in der mitte hier mal befragen das glaube ich ist es sollte besser sein für weiß glaube ich glaube ich schon deswegen ja springer d5 kritisch weil dieser weil dieser könig hier noch in der mitte steht und ja schauen wir mal ziffern auch ein standardzug denn dieser bauer greift er immerhin jetzt hier auf auf d4 auch dieses zentrum an mit tempo gegen diesen gegen diesen läufer und so weiter wenn schwarz hier auf c5 nehmen würde wenn sie immer dieser läufer nehmen und damit würde ich ja dem schwarzen helfen sich zu entwickeln der läufer ist jetzt hier auch noch zu zum beispiel vom vom springer gedeckt der springer wäre jetzt auch angegriffen die dame deckt diesen läufer und dann hätte selbst wenn jetzt in anführungsstrichen dieser b5 irgendwie fällt würde würde weiß zwar seinen bauern zurück bekommen aber schwarz hätte die problematik seiner fehlenden entwicklung abgeschlossen deswegen das macht man mit weiß auch nicht so gerne deswegen der nächste zug wieder ein ein dann der nächste vielleicht noch nicht aber so der nächste leitet den plan ein und zwar möchte ich grundsätzlich in diesem art von strukturen meinen läufer auf g2 lieber auf dem brett halten als weißer das hat den vorteil wegen dem raumvorteil und dass dieser läufer natürlich langfristig auch druck macht weil turm dahinter noch steht noch weiteren zeit gewinnt dass der turm vielleicht mal es wegziehen muss und wenn der turm wegzieht dann hat er die rochade wieder nicht vorbereitet ja und so weiter und das kann ich am besten machen indem ich diesen bauern nach d5 durch schiebe weil von d5 habe ich ja hier auch drohungen vielleicht mal die stellung zu eröffnen und so weiter aber hier würde dann der e5 fallen deswegen spielt weiß springer steckt d7 der springer steckt zurück der springer geht damit auch verlässt die kontrolle über das feld d5 und weiß spielt den den strategisch hoch interessanten zug d5 den muss man sich unbedingt merken einfach grundsätzlich weiß möchte diesen läufer auf dem brett halten er möchte natürlich auch versuchen irgendwie die stellung zu öffnen und wir schauen mal was was in der in der partie jetzt gleich passierte wir müssen hier noch mal ganz kurz drauf eingehen ich kann natürlich jetzt hier nicht nicht anfangen irgendwie die die dame zu tauschen ja ich meine ich kann es natürlich nicht klar aber die dame ist ist ja gedeckt hier schwarz könnte also problemlos erstmal seinen problemläufer tauschen und dann hier auf d4 noch schlagen wieder mit tempo und jetzt wenn ich jetzt damen tauschen müsste in anführungsstrichen so dann hätte ich sehr sehr viel tauschen schwarz mit seiner entwicklung voran und wir sehen bauern ist alles gleich figuren entwicklung ist mehr oder weniger gleich aber der springer noch drohten hier steht und schwarz hätte das gröbste überstanden das ist vielleicht nicht so optimal deswegen versucht weiß den druck aufrecht zu erhalten mit d4 d5 schwarz schlecht auf a4 viele alternativen hat er hier auch nicht er könnte vielleicht c4 spielen mit angriff auf die dame aber er setzt sich natürlich diesem diesem läufer dieser diagonale entgegen und die weiße dame zieht einfach nach b2 guckt auf g7 bindet damit den laufer f8 hat hier das tempo auf den b6 und gleichzeitig jetzt droht natürlich hier auch wirklich mal die linien und die stellung alles zu öffnen mit d steckt e mit tempo hier und so weiter gefährlich genau weil bei laufer c5 hier eben wegen damen g7 auch nicht geht und deswegen c4 ist glaube ich keine option für schwarz was ist mit b4 um einen freibauern zu bilden und die stellung versuchen geschlossen zu halten auch das ist grenzwertig denn aufgrund taktischer umstände natürlich diese dame ist an den b7 gebunden und so ein bisschen an den e6 und wenn wir hier auf e6 jetzt schlagen dann überlasten wir die dame wir machen vorher noch nach diesem schlagen der bauer muss ja zurückschlagen weil der die dame gedeckt halten muss den laufer noch den zwischenzug a4 a5 das ist immer ein nützlicher zug für weiß um schwarzes a7 a5 zu verhindern denn dieser bauer würde dann hier auf b4 quasi ein gedeckter freibauer sein dieser c5 ist vielleicht noch mal eher in gefahr so dass der b4 dann auch noch mal schwach wird so mit tempo auf die dame die dame zieht also wieder irgendwo hin jetzt tauschen wir den laufer lenken die dame von e6 ab und wir sehen es einfach ja der könig ist in der mitte natürlich kann schwarz jetzt hier laufer e7 spielen aber grundsätzlich türme springer alle alle weißen figuren haben haben eine gewisse aktivität und ich habe ja mit mit weiß noch nicht mal einen bauern weniger ja ist ja fünf gegen fünf bauern und der könig ist einfach noch in der mitte und vielleicht kann ich mit turm d1 auch versuchen also der kann ja sowieso nicht rockieren weil der e7 hängt das alles koordinativ viel viel schwieriger für schwarz zu spielen als für weiß und dieser bauer auf b4 würde ja erst an bedeutung gewinnen wenn es zum endspiel käme und im augenblick ist an ein endspiel noch nicht zu denken für schwarz alles klar so gucken wir weiter deswegen nach d5 kam der tausch hier auf a4 immerhin mit mit tempo hier auf die dame okay die dame schlägt auf a4 haben wir hier so eine schöne fesslung vor allem aber auch haben wir natürlich die a-linie jetzt total unter kontrolle schwarz schlägt auf d5 und weil unsere damen ja hier abgelenkt wurde haben wir jetzt weniger einfluss auf d5 und jetzt hat ja nominell schwarz zwei bauern mehr und ist das nicht langsam ein bisschen viel nein wir sehen dass schwarz ja immer noch nicht entwickelt ist und die weiße entwicklung wird jetzt unglaublich beschleunigt mit springer c3 und dieser springer c3 droht hier auf d5 den ersten bauern zurück zu gewinnen macht die b-linie frei für unseren f-turm ja dass er nach b1 kann und dann hier entsprechend den läufer im auge haben kann ja und so weiter und das alles mit tempo weil jetzt wieder springer d5 dann wieder auch mit tempo auf die dame wäre und so weiter das heißt die weiße entwicklung ist quasi abgeschlossen und schwarz braucht aber noch 12 zweieinhalb bis drei züge und bis dahin hat er vielleicht auch der material verloren und er hat hier mit d5 d4 versucht den bauern zu retten und gibt ja auch eine gabel wir schauen uns mal an was bei laufer e7 hätte passieren können dann würde springer d5 kommen jetzt hätte weiß den ersten bauern zurück und wir sehen immer noch dass dieser laufer g2 im hintergrund viel aktiver wirkt als dieser laufer b7 damit mit mit abzügen aller art mal irgendwelche drohungen aufstellen fb1 droht jetzt hier deswegen der laufer g2 ist im regelfall mehr wert als der b7 zumindest von der aktivität her so ein bisschen die dame müsste also wegziehen und wir könnten den angreifen könnten den aber auch mit dem anderen angreifen spielt keine rolle denn dieser laufer kann sich hier kaum verteidigen wenn er zum beispiel einfach nur gedeckt würde könnte man hier schon die qualität geben und dann diese figur schlagen und jetzt drohen wir hier auf b7 diesen laufer zu gewinnen dann wird schon dann wird schon unklar für schwarz okay könnte dann müsste man hier wilde zwischenzüge rechnen und für wen wann wie was am besten ist aber dieses motiv mit dem turm b7 liegt schon im raum und deswegen hat schwarz hier auf d5 geschlagen einfach um diesen springer loszuwerden diese springer e7 motive rauszunehmen alles klar weiß nimmt zurück und jetzt kleines zwischen fazit wir haben das läuferpaar und die stellung ist super offen die läufer wirken hier in alle richtungen gerade der laufer d5 bewegt hier in alle richtungen der e3 richtung den c5 der kann natürlich aber auch hier nochmal irgendwie eingreifen auf dieser diagonale alle weißen figuren türme stehen hier auf offenen oder halboffenen linien während der schwarze könig immer noch nicht nicht entwickelt ist und der turm hier auch noch angegriffen ist und wenn der turm weg zieht jetzt müssen wir hier schwarz droht vielleicht mal eine entlastung oder ein tausch ja okay jetzt müssten wir hier aber mal ganz kurz zwei züge über über allgemein überlegen der a7 wäre jetzt ungedeckt den könnten wir schlagen und also material dass die eine seite aber was denn der haupt trumpf von von weiß in dieser stellung das ist doch der könig hier der der nicht hochiert hat deswegen hätte weiß hier ein ein viel viel besseren zug ein einfach nicht übertrieben ja aber ein offensichtlichen zug wie er die initiative ausbauen kann wie er auch wenn hier ein turm getauscht wird trotzdem den könig auch in der mitte halten kann und wenn ihr den zug findet schreibt mir den mal in die kommentare das wäre eine variante gewesen genau deswegen was hatte ja bei d5 d4 diese gabel gemacht alles klar und wieder der springer zieht weg entzieht sich dieser gabel mit tempo auf die dame und die dame hat wieder nicht viele möglichkeiten deswegen der laufer steckt den springer wenn jetzt hier der wenn die dame trug ziehen würde dann hätte weiß die auswahl zwischen zwei guten zügen und zwar dieser laufer ist ja jetzt hier angegriffen und er könnte wegziehen er könnte zum einen nach f4 gehen in verbindung mit dem mit dem springer hier gabeln drohen er könnte aber auch nach g5 gehen ja und die dame von der vor ungedeckt aber die dame von c7 ablenken und damit wäre wieder eine gabel und das würde dann so aussehen dass nach dem schach hier so wenn auch ein zwischenzug dame a5 gut ist jetzt droht sogar noch ein abzug schach dass wir auf a8 mit schach mit turm gewinnen und wenn der laufer hier schlägt können wir hier auf e6 ein doppelt schach abzug schach dame gewinnen da fällt ja alles zusammen also diese dieser damen rückzug funktioniert auch nicht so richtig deswegen entschließt sich schwarz seinen schönen läufer abzugeben aber wir haben die gleiche problematik wie eben dieser läufer auf d5 wirkt natürlich in alle richtungen auf den weißen feldern und ergreift den turm auf a8 auch noch an der zieht sich weg legt immerhin den d7 jetzt ist dieser laufer angegriffen ok und der könnte jetzt hier weg ziehen ja wie noch immer gucken wir mal jetzt wissen wir aber schach ist ein konkretes spiel wir könnten ja jetzt überlegen den turm nach b1 zu stellen das sieht doch total natürlich aus eine nicht entwickelte figur ins spiel einbinden mit tempo auf die dame müssten dann aber überlegen damit 6 käme und wir sehen der laufer auf d5 ist ungedeckt ungedeckte figuren sind ganz oftmals zielscheiben taktischer operationen und der der e3 hängt ja auch noch doppelangriff und jetzt würde es etwas komplizierter werden hier wir könnten hier immer noch einen einen gewissen kleinen vorteil laut engine nachweisen indem wir dame a2 spielen in e3 abgeben auf f7 schlagen den könig hier ins zentrum rein ziehen und weil einfach dieser könig hier so unglaublich schlecht steht der laufer kommt nicht raus der turm kommt nicht raus und wenn wir jetzt einfach nur das material zählen das wirklich aktiv am spielgeschehen teilnimmt da ist weiß wahrscheinlich sogar mit einem turm im vorteil also engine gibt hier ungefähr ausgeglichen an vielleicht einen leichten vorteil für weiß aber auch sowas müssen wir uns ja gar nicht einlassen denn wir spielen erst laufer f4 damit überdenken wir dieses feld d6 so dass die dame nicht wegziehen kann auf ein feld wo sie unseren laufer angreifen kann ja und jetzt droht einfach turm fb1 zum beispiel alles klar in der partie kam dame f6 und jetzt kommt ein ein der stärkste zug der partie mehr oder weniger und hier dürft ihr gerne mal mit reingucken das video kurz anhalten macht euch immer klar wir stehen gut aber wenn wenn es schwarz gelingt die entwicklung abzuschließen hat zum beispiel mit laufer d6 was ein tempo hier auf diesen f4 vielleicht mal bekommt und uns zu hochieren ist er die größten probleme los das heißt wir müssen wir müssen wir haben zwei bauen weniger aber sagen wir sagen mal der a7 ist sowieso so gut wie weg also wir haben ein bauern weniger aber lauferpaar und in den schlechten könig hier in der mitte und ja darum geht es glaube ich nicht den müssen wir irgendwie in der mitte halten und hier ist der beste zug für für weiß ein fantastischer zug ein stiller zug sozusagen den habe ich auch nicht gesehen aber der hatte eine extrem große wirkung nämlich der zug dame b5 was soll der denn bringen nun er macht den den weg für den turm auf a1 frei und der turm könnte zum beispiel über a6 oder a7 jetzt am spielgeschehen teilnehmen was er vorher nicht konnte während die dame auf dieser diagonale bleibt und den springer hier fesselt und dazu kommt jetzt zum beispiel noch es kam in der partie laufer d6 wenn jetzt versucht mit laufer e7 die rochade zu spielen dann käme eben laufer c6 dann sehen wir zwei figuren die diesen springer hier fesseln und angreifen die dame deckt den noch einmal aber dann käme turm a7 und dann wäre der noch mal angegriffen und jetzt käme der könig nicht mehr zur seite er käme nicht mit rochade weil der d7 einfach fallen würde ja und das würde eine figur kosten nebenbei drohen natürlich auch noch laufer c7 geschichten dass der hier mal weg ziehen muss und dann der d7 vielleicht ungedeckt ist und so also da und der andere turm kann ja auch noch irgendwie in irgendeiner form dabei kommen ja solange der turm auf a8 nicht auf h8 nicht mitspielt hat schwarz quasi ein turm weniger und das problem ist im könig und deswegen hat schwarz hier versucht laufer d6 zu spielen mit angriff auf den auf den d4 und nur für den fall dass weiß hier schlagen würde dann hätten wir ein tempo auf die dame und vor allem die dame deckt auch den d7 und jetzt hätten wir auch bei laufer c6 nicht ausreichend großen druck auf den d7 oder schwarz hier weg hoch ihren könnte dann hätte schwarz na dann würde aber drei kreuze machen glaube ich und deswegen nach laufer d6 kam in der partie der zug der auch durch dame b5 auch vorbereitet wurde nämlich turm a6 auf einmal ist dieser laufer hier auf d6 gefesselt bin die dame dahinter und ja was was tun sprachzeugen auf einmal ist dieser laufer weg und schwarz kann da auch nichts gegen machen der kann den springer nicht wegziehen um mit dem turm hier zu decken aber der springer gefesselt ist ja eine aussichtslose situation überall kreuz und quer fesslungen also die strategie mit dem entwicklungsvorsprung figuren aktivität und könig in der mitte halten ein bisschen material geben am anfang um die entwicklung zu beschleunigen trägt hier ihre früchte und ja schwarz kann quasi nicht mehr viel machen er zieht auch den turm weg um die dame anzugreifen und schwarz und weiß spielt hier einen guten zug da muss man sich aber auch ein bisschen trauen muss ich ehrlich zugeben und zwar spielt der laufer b7 und stellt sich in die selbstfestung das ist eher ungewöhnlich aber er hat ja hier immerhin noch das tempo auf den auf den d6 wenn er hier mit der dame wegziehen würde könnte schwarz vielleicht noch ein bisschen rumnerven mit mit turm b4 und jetzt müsste die dame diese diagonale verlassen und damit würde der schwarze vielleicht zur rochade kommen und weiß könnte hier noch mit spektakulären dame schlägt b4 und turm d6 und laufer c6 jede menge figuren einheimsen und das ist auch laut engine zumindest besser für weiß aber das ist natürlich jetzt nur mal rein für die praxis viel viel schwieriger und unangenehmer zu spielen weil weil die bauern ja hier also noch am brett sind dass die hier nicht noch irgendwie in wallung kommen und das kennt man ja technisch sicherlich etwas schwieriger und deswegen hat schwarz hat weiß laufer b7 gespielt ja und jetzt ist dieser dieser d64 einfach quasi weg schwarz versuchte es mit laufer f4 um möglichst viel material noch zu klammern aber wir sehen einfach weiß hat einen turm mehr wenn man dame gegen zwei türme rechnet der springer immer noch gefesselt die türme nicht verbunden wenn ein schach käme gehen wir einfach in die ecke wann auch immer das käme jederzeit und ansonsten können wir mit dem turm einfach jetzt hier möglichst aktiv werden in irgendeiner form die bauern holen und die partie ging folgendermaßen weiter der aller spannendste teil der partie ist damit auch zu ende die technische verwertung da gehen wir mal etwas schneller drüber weil das natürlich auch wieder noch ein thema für sich ist ja keine frage damit 6 entfesselt quasi den laufer hier so ein bisschen und die dame wird in irgendeiner form hier versuchen sich auf die ganzen schwachen bauern zu stützen nicht der acht da haben wir fünf laufer c6 mit der fesselung hier gingen die sieben wieder und wenn der könig weg zieht laufer c6 mit tempo auf den auf den springer und dann der springer weg dann hängt aber den c5 bauer jetzt drohen abzug schach der der nächste bauer fällt der turm kommt da hier ins spiel und ja ohne ohne die ganzen bauern ist für schwarz natürlich auch hoffnungslos und deswegen hatte kalifmann zwechnikow entschuldigung nach dame c5 auch aufgegeben ja das eine eine strategische und taktisch eine eine super zusammengespielte partie viele komponenten gerade im katalanisch dieses dieses mit mit a4 ich zeige es noch mal diesen einhebel a4 und zum zweiten b3 diesen hebel die sachen sollten wir uns merken so damit sage ich es dann fürs zuschauen ich hoffe ihr hattet keinen spaß hallo michael und genau wir sehen uns beim ersten mal wieder bis dahin schön dass du so viel spaß hat es mit diesem video wenn du den kanal noch nicht abonniert hast dann hol das doch jetzt bitte nach ansonsten habe ich hier zwei video vorschläge die für dich sehr interessant sein können viel spaß damit so so Untertitelung des ZDF, 2020